Ge ola a seri, ge ola mi gente, was gedacht meine Besten, euer Boy Elmeo Kubanito ist mal wieder back am Start und ja mi gente, ich hoffe euch allen geht's gut, mir geht's eigentlich sehr sehr gut, außer dass ich gerade ziemlich angeschlagen bin aber das hält mich natürlich nicht davon ab für euch fresche Videos zu ballern und ja mi gente, auf jeden Fall hier am Start, ihr könnt es im Titel lesen, heute Cristiano Ronaldo, ja, the one and only CR7 zeigt uns seine Schuhe, ja, zeigt uns seine Schuhe, ich habe das Video gestern Mensch, muss das so laut sein hier? Nee, effektiv nicht, das muss ich Ja, gestern habe ich das Video kurz halt gesehen und ich dachte, das ist doch perfekt als Reaktion hier und dann würde ich sagen, wir chappen doch straight in das Video ein So, hier ist er So What's up everybody, it's Joe from Complex, we're in Beijing, China at Honor 23 with the legendary Cristiano Ronaldo Gonna do some sneaker shopping today, gonna see what he's feeling, what he's not and then hopefully he's gonna buy some sneakers, let's go Nice Hey, ganz kurz, der Typ, ne, von diesem Sneaker Komplex, Leute Der hat so viele Sneakers, tschüss, da ist Apo Red, gar nichts, tut mir leid Apo Also, es heißt Red Red Und einfach jeden Schuh, man, Jordan, oh Leute, ich liebe Jordan 4, ich habe ja selber auch die Jordan 4 Retros Und es ist nervig, dass der Hintergrund so überbeleuchtet ist, egal, auf jeden Fall mir hinter, ich habe auch die Jordan 4 Retro Snake Skin, die sind zu heftig, ich weiß nicht, wer von euch Jordans auch liebt, aber ich war ja Jordans übertrieben Ja, Leute, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber CR7 war ja früher richtig, richtig arm Und er meinte gerade, CR7 hatte damals zwei Schuhe Halt eine, ein paar Schuhe zur Schule gegangen ist und halt noch ein anderes Paar Und ja, man, das ist schon krass, also Es sagen viele so, CR7 ist arrogant Leute, auf dem Platz muss man einfach, muss man ein bisschen arrogant sein, man muss einfach das Selbstbewusstsein haben, aber Ne, man, Ronaldo ist echt, früher habe ich selber so ein bisschen gedacht, weil ich habe halt nicht so die Interviews von ihm gesehen und, aber der Typ ist echt richtig, richtig richtig Hambut Obwohl ich Messi fände Es ist eine gute Geschichte, besonders für die jungen Kinder, dass sie die Möglichkeit haben, zu haben, um Geld zu kaufen, um Schuhe zu kaufen, also das ist meine Geschichte seit dem Beginn, dass wir keine großen Möglichkeiten haben, um Nike Schuhe zu haben, und wir haben es so gemacht, so Nike hat mir die Möglichkeit, das in diesen Schuhen zu machen, mit den Farben, mit den Badges hier Sie sind richtig geil, Mann, einfach die eigenen Schuhe Da muss schon ein krasses Gefühl sein, zu seine eigenen Schuhe haben Das ist auch krass, wenn ihr überlegt, er hat gerade gesagt, CR7 ist das Gesicht vom Mercurial, Mann, das stimmt ja wirklich, also mit Mercurial bin ich selber auch aufgewachsen, also das ist schon heavy Ja, ich habe ein paar, natürlich, weil meine Geschichte, meine Geschichte, ihr müsst es in den Erinnerungen halten, natürlich, ich habe ein paar Schuhe in meinem Haus, in meinem Museum, also ich habe viel Zu heftig die Schuhe, Leute Er sagt gerade, ja, CR7, wir wissen, du liebst Weiß und du liebst die Air Force Ones Und warum? Er sagt, ja, die sind mega, mega bekämpft Und er hätte sie angefangen zu benutzen, als er in England war, und das macht auch Sinn, ich habe selber auch in London gewohnt und da gibt es wirklich sehr, sehr viele, die Air Force One tragen White, comfortable Weiß Man kann es halt auch mit einem Jumper, mit einem Trainingsabzug kombinieren Any clothes is good, that is fit with anything Und das ist halt mit praktisch alles oder allem Match, das ist halt so bei Weiß und Schwarz You're wearing a new model, the XT They're more of a fitness functional shoe Boah, Nikes XP, die kannte ich gar nicht, die sind fresh aus Und was meint die Leute? Schreibt es auch in die Kommentare Okay Force Ones, what do you like about those? The comfort and you designed a few Exactly Well, this is a special shoe, not because they made it for me, they have my name But if you use it, I don't know if you have the opportunity to I got one back there Yeah, you should use it, you're gonna feel that it's simple, it's beautiful, great color You can use it with anything, so it's perfect I think Nike did a fantastic job And I'm happy, of course I wanted to ask about Cristiano Jun Er sagt jetzt auch wieder halt, dass die Schuhe mega bequem sind und halt wirklich seine Farbe ist und dass Nike wirklich einen guten Job gemacht hat You and him dress alike, is he getting into sneakers? You love it! Er hat gerade gefragt, ob sein kleiner Sohn, er hat gesagt, Bruder, sein kleiner Sohn, ob er auch so ein bisschen into Sneakers ist, ob er auch als Sneakers feiert, mal gucken, was er sagt Ja, ein bisschen, aber es ist gut, er schaut mich als Modell Er scheint, er kopiert ihn auch ein bisschen und ist ja, also es ist ja normal, man, du willst schon aussehen wie dein Vater, das ist halt, vor allem mit den jungen Jahren, nimmt man den Vater als Vorbild Er mag Nike auf jeden Fall auch Ja, die Schuhe sind schon richtig geil Cristiano! Und ich appreciate es viel So, weiter We have a lot of people on this show, but only one person debuted the Hyperadaptist to the world, that was you Ja Leute, das ist auch eine krasse Sache und zwar den Hyperadaptist Das ist der Schuh, den CR7 als erstes vorgestellt hat Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt an so ein Instagram Video Und da, weil das Ding ist bei diesem Hyperadaptist Dieser Schuh passt sich halt perfekt der Fuß vom an und der schnürt sich wirklich eigentlich so von selber, vielleicht sieht man das auch gleich Ja, das sagt er jetzt auch, er war halt mega überrascht, er wusste schon, dass der Schuh heftig ist, aber dass er so krass ist und halt selber die Fußform annimmt und sich selber so schnürt, das hat ihn schon sehr überrascht Das sagt unglaublich Das war auch eine gute Frage, er fragt ihn so, ist es immer noch eine Überraschung für dich, wenn ein neues Nike Paket kommt? Und er sagt schon mal erst mal, ja natürlich Ich mag neue Schuhe, ich habe viel, wie ich gesagt habe, ich bin ein großer Fan von Sneakers Aber wenn ich in die Kiste gehe und ich sage Boxen, dann sage ich... Er sagt, er liebt es überall, neue Schuhe zu haben, egal was, einfach neue Schuhe Es kommt, aber jetzt kommt es manchmal für meine Kinder, weil ich vier Kinder habe, für Christiano, für meine Freundin Und manchmal ist es nicht für mich und ich bin ein bisschen entschuldigt, nein, ich schaue Also halt zu der Frage, ob er immer noch excited ist, ob er sich immer noch freut, wenn er neue Fußballschuhe bekommt oder allgemein Das Ding ist, er hatte jetzt einen Sohn... Plus Zwillinge hat er auch noch, er hat eine riesen Familie jetzt, plus hat seine Frau Und da ist halt nicht immer ein Paket für ihn und dann hat er halt so ein Show gemacht, dass er halt schon ab und zu ein bisschen enttäuscht ist, wenn es nicht sein Paket ist Und er sagt, nein, nein, Spaß Darum lachen wir uns gerade Okay, man, ich habe jetzt ein paar Fragen geskippt, weil sonst würde das Video ein bisschen lange dauern So, das ist der Store oder hier Jordan 23 Jordan 23 Bingo Danke 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 Diese, diese? Wichtig Ich glaube, das ist großartig, ich will diesen Ja Diese Und diese Und diese Oh, toll Perfekt Danke Spannend Schon richtig die freiche Schotts Mal gucken wie teuer es jetzt bei ihm wird Neem hatte er, glaube ich, so für 15.000 oder so geschaut Boah, er geht einfach mal. Achso, ich dachte gerade, er ging ja eigentlich. So, was hat denn jetzt alles geshoppt? Levis er hat schon die Kollabo. Levis er hat schon einen Vierer. Er hat Jordans... Boah, der andere Jord, der ist richtig komisch. Nike Air Max 270 Flyknit. Nike React Element 87. Thresh, fast 3,500. Kann man machen. Wann wir 3,500 shoppen gehen? Und ich glaube, das war's auch jetzt vom Video. Das war's vom Video. Mit... Und... Cristiano Ronaldo zeigt uns seine Sneakers, die er geshoppt hat. Und... Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das war's vom Video. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet und welche ihr den freshesten Schuh fandet. Und... Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ich als nächstes für Videos machen soll. Und... Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Find mich auf Snapchat. Und auf Instagram. Auf Wiedersehen. Peace.